Zunächst einmal schönen guten Tag. Eigentlich sagt man immer guten Tag, man sagt heute Einfachheit halber Hallo. Also Hallo zusammen. Damit ihr wisst, mit wem ihr alles zu tun habt, stelle ich mich erst mal vor. Mein Name ist Hans-Karl Meunier und mein Nachname Meunier ist französisch, das heißt Müller. Aber Meunier kommt viel schöner wie Müller. In Meunier, da ist Musik drin. Geboren und aufgewachsen bin ich in Trier und als waschechten Trierer spreche ich natürlich meine Muttersprache, das sogenannte Trierer Blatt, was eigentlich eine Moselfränkische Mundart ist. Meine erste Fremdsprache war Hochdeutsch und wie ihr unschwer feststellen könnt, ich kann immer noch nicht richtig. Jetzt habe ich mir über das Thema Leben und Arbeiten in der Region so ein paar Gedanken gemacht. Was ist für uns das Leben? Meiner Ansicht nach ist das Leben, die Familie, die Wohnung, die Freunde, das Auto, der Urlaub, der Spaß, das Vergnügen und so weiter und so weiter. Und damit wir uns das Leben leisten können, arbeiten wir. Die einen arbeiten also, damit sie sich vergnügen können. Die anderen arbeiten aus Vergnügen. Wieder andere vergnügen sich bei der Arbeit und wieder andere arbeiten, damit sich andere vergnügen. Dazu ist mir eine Geschichte eingefallen. Und der Einfachheit halber habe ich diese Geschichte in Versen, also in Eime, gebunden. Und da ich ja dem Hochdeutschen nicht so ganz hundertprozentig mächtig bin, ist diese Geschichte zum Teil mundart gebunden. Naja, ich fange einfach mal an, so wie ich dazu gedacht habe. Schwalben, sagt man, sind in Not, weil ihr Lebensraum bedroht. Und darum wird es leider eben immer weniger Schwalben geben. Doch gibt es Heihe in der Region und das seit ein paar Jahren schon, in Schwalbenart habe ich gehört, die sich ganz vehement vermehrt. Lateinisch nennt man die schon je, Hirondinus Cullange, der Volksfreund nennt sie allenthalben Einfernoren, Bochstein-Schwalben. Auch diese Art hat ein Problem, denn es ist bestimmt nicht angenehm, wenn die so um die Bochstein sausen, bei Wind und Wetter kalt dort draußen. Dann handt schnell die Spalbe Kinder, eiskahl, fies bis auf zum Henner. Und das ist doch aus gutem Grund für Arbeit und Leben nicht gesund. Was ihnen fehlt, und das steht fest, ist ein behagliches Schwalbenest, wo sie an gastlich warmen Städten ihre Federn putzen, kletten oder sich entspannt besinnen und gemütlich walzen können. Dieses hat sozial brillant ein Schwalbenkundler klar erkannt und drum hat die barmherzige Haut ein Flat-Red-Schwalben-Nest gebaut, wo sie vor Regen, Wind und Winden und Vogelfinger Schutz drin finden. Jetzt aber lebt mit seinem Zweifel der Romule Klaus hoch in der Eifel, der Bier gern trinkt und Fußball spielt und noch als männlich Jungfrau gilt, denn es gehorchend seinem Drang zu Schwalbenest besorgen kam. Als hätte ich schlaßig viel, sieht, da hat der glatte Maulsperrkrieg, stimmt laut in Goethes Wahlspruch ein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Doch da hielt man ihm entgegen Kohle her, dann ins Vergnügen erst sahnen, und man wird ein stillen Heim, nicht der Wünsche aller füllen. Der Klaus ist bei den Glade gefallen. Ich glaube, ihr hört es in dem Jahr, ihr könnt doch nicht unbefangen für so etwas heil Geld verlangen. Ich komme schließlich alleweil direkt am Anfang von der Fidei, und doch geht schließlich her zu, der stirbt zur Welt, und nicht die Kuh. Tritt sich drum drum und ihn verlässt, empört, frustriert, das Schwalbenest. Ich hoffe, euch hat mein Glüttelferse einigermaßen gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, tschö, und vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal wieder. Tschö.